Jetzt bin ich gespannt, wie hier in den Kante kommt rein in den Stadion. Flincy Won, der Superstar! Oh mein Gott, das war nicht so optimal, aber wir haben es nie wieder runter. 1.40 Uhr zur Play! 39.00 Uhr. Ein großer Applaus für die No. 1 aus Amerika. Jetzt ist es! Dritter Platz, Flincy Won! Guten Tag, meine Damen und Herren, ich war heute 5 Minuten Fehler und ich kann dich hier auf der Kärnten-Franck-Klammer-Riste nicht über einen Superstar wie Linze von Leipzig.